... Was hattest du eigentlich für Probleme mit deinem Tun? ... Ich hab's ja noch nicht in den Blutten. Weil im Moment... Es gibt im Moment keinen Verhandlung, wo sie weinen. Ja, aber hier hab ich noch nichts gehört. Ja, klar. Mein Hund macht nichts, ne? Ah ja. Ich kenn dich auch. Jetzt geh noch. Komm noch mal aus, komm. Geh noch zu, komm. Schau, die haben auch keine Angst. Ja, komm. Ja, ihr arbeitet.